Elby Stihl und der heilige Taucher Vor sehr langer Zeit, man munkelt, es war der sechste, sechste, sechsundsechzig. Da trafen sich sechs Menschen an einem unbekannten Ort. Die haben echt das Schwert aus dem Holy Diver Video geklaut. Hört sich an, als hätten wir einen neuen Auftrag. Ruhig bleiben, Mütter. Nicht gleich durchdrehen. Metal, Alter! Metal! Star! Steel Force! Steel Force! Es war erst mal was völlig Neues. Das gab es doch nicht so mega lustig. Wirklich eine super Show. Wurde eingeladen und ich muss sagen, es war ziemlich geil. Man ist oft an die drei Fragezeichen erinnert. Aber das Leben eines MTV-Fans spiegelt es ziemlich gut wider. Auf jeden Fall angucken. Auf jeden Fall wirklich angucken. Das Bühnenbild, die Liveband, es war der unglaubliche Hammer. Und dann noch zusätzlich so ein bisschen selber zu denken. Ah, das Ding ist die totale Vollbombe. Also sowas gab es noch nicht, ne? Kino gibt's, Hörspiel gibt's, Konzert gibt's, aber die ganze Mischung, das ist absoluter Knaller. Ja, das war die Magic. Die tκ. Die tk. Die tk.